Hier sind Vital Socks, die super bequemen Stützstrümpfe mit Reißverschluss, die sofort Erleichterung bringen. Füße rein, Zipper zu, fertig! Das durchdachte Design mit Reißverschluss macht Vital Socks zu den genialsten Stützstrümpfen aller Zeiten. Sie passen einfach zu jedem Outfit, sind so bequem zu tragen und bringen ihren Beinen die Erleichterung, auf die sie gewartet haben. Bequem zu tragen und kinderleicht an- und auszuziehen. Dank des vorne offenen Designs, Vital Socks passen zu jeder Art Schuh, zu Sandalen, Flachen und Hohenschuhen, sogar zu Sportschuhen. Sie passen immer und überall. Ideal für Schwangere, Menschen mit Übergewicht, Sportler mit erhöhten Belastungen, Vielflieger und alle, die täglich lange in derselben Position bleiben und deshalb Schmerzen haben. Wenn auch Sie sich dazu zählen, Vital Socks kann Ihnen helfen. Je früher Sie damit beginnen, umso eher können Sie langfristigen Schäden erfolgreich vorbeugen. Schluss mit diesen herkömmlichen komplizierten Kompressionssocken. Vital Socks mit der genialen Kompressionstechnologie helfen Ihnen, die Blutzirkulation effektiv wieder anzukurbeln. Durch Blutungsstörungen und Kampfadern wird so vorgebeugt. Vital Socks. Sie werden Sie lieben.